Hacker? Ich? Nee. Ich benutze das Netz so wie jeder andere auch. Wir sind ein Online-Medium. Ist dir aber schon klar, oder? Ja, was aber über die wirkliche Welt berichtet. Dachte ich jedenfalls. Du unterscheidest zwischen Web und wirklicher Welt? Wow, das tut mir leid. Also du warst immer sowas wie eine Institution, eine Meinungsmacherin. Politik und Gesellschaft. Und jetzt? Seit zwei Jahren nichts Neues. Ich habe mir eine Auszeit genommen. Aus privaten Gründen. Aber ich habe Textproben mitgebracht. Keine älter als fünf Jahre. Ausgedruckt? Ist das dein Ernst? Das ist deine siebte Bewerbung. Der Daily ist nicht deine erste Wahl. Toni, schau dir das an. Flash-Feature, 500.000 Viewer. Wer macht denn sowas? Ist das denn Spaß, oder was? Der Kanzler, Kanzler, Kanzler! Ui, wen haben wir denn da? Der Innenminister. Und Schneider. Der Kanzleramtsminister. ARD Plus. Wiedersehen macht Freude. Der Kanzleramtsminister. Untertitelung des ZDF, 2020